allerdings sollte dann auch wenn möglich das projekt fertig sein und bei mir liegen nicht dass ich jetzt mir da plätze frei halt und dann im jahr kommt ihr dann wenn ich dann schon wieder dort was anderes gebaut habe und sagt dann ja ich bin jetzt fertig hast du aber du hast die fläche ja bebaut das heißt baut nicht zu groß so dass das wirklich innerhalb ich sag mal drei vier tagen fertig gebaut ist und ich füge das dann ein so haben wir dann auch so ein bisschen interaktion zwischen spieler und letzter zwischen zuschauer und let's player und wir machen sachen gemeinsam was natürlich auch toll ist gemeinsam bauen auch wenn es dann ich sag mal ihr offline baut ich dann im let's play dann online hier alles einfügt es ist ja dann quasi von uns zusammen was gemacht so dann suchen wir mal alle unsere tools zusammen ich weiß dass wir bei unserer lehmkuhle da haben wir noch ordentlich stehen lassen das ist irgendwie schon traurig dass wir jetzt bald schon auf die 1 1 1 1 8 wartet mal 1 8 ja 1 8 wechseln und dass noch keine vollversion von bucket 17 gibt geschweige denn von mcm die lehmblöcke können wir immer noch nicht im speed abbauen weil es die laut mcm natürlich noch nicht gibt das ist immer so ein bisschen schade dass da mcm so weit hinterher hinkt oder bucket allgemein auch aber es lässt sich wohl nicht vermeiden dafür kommen immer mehr ich sag mal tolle funktionen auch im standard bucket rein zum beispiel das kopieren von gebäuden ist ja bald möglich allerdings nicht so dass wir jetzt von einem spielstand auf den anderen kopieren können sondern wirklich nur spielstand intern was auch ein bisschen schade ist denn sonst bräuchten wir gar keinen mcm mehr lassen wir das alles hier drin liegen doch warum nicht so wo könnten wir noch tools begraben haben eigentlich nirgendwo wo wir noch mal gucken könnten das wäre in unserer stadt da rennen wir jetzt mal schnell rüber stimmt und ich wollte noch ein turm am stadtrand bauen den werden wir natürlich auch noch heute bauen obwohl den könnten auch ohne bucket bauen so schwer ist das ja nicht bauen geht immer große terraforming projekte ohne bucket eher mühsam und natürlich der vorteil dass wir holz mit bucket sehr viel schneller ernten können sehr viel mehr holz kriegen denn holz ist ja auch so ich sag mal grundbaustoff den man gerne auch mal mehr hat und ich suche gerade etwas wartet mal ganz kurz ich hatte so ein ihr kennt die vielleicht so ach da vorne so ein wick sie stift der die nase frei macht den werde ich mal kurz kabel im stuhl verfangen es gibt nichts schlimmeres schön schon gleich gibt es etwas mehr luft und ich kann auch etwas besser reden so hier runter die telekatze sitzt da wo es meine telekatze wo sie schläft das ist gut schlafende katzen sündigen nicht ja ich weiß nicht ich bin mit dem weg immer noch nicht ganz zufrieden aber was besseres fällt mir halt momentan auch nicht ein wartet ganz kurz so hier mal nix drin mehr kisten haben wir hier nicht naja die diamanten nehmen wir mal mit so da wir heute hier vor allem planieren wollen sprich die ganze fläche hier so ein bisschen ab ebnen heute nix groß bauen nur planieren weil nächstes mal kein bucket dann können wir können wir zwar trotzdem bauen aber nicht so gut planieren das ist halt so der plan der dahinter steckt der ja auch einer gewissen logik entspringt aber dafür brauchen wir ja theoretisch nur eine schaufel und eine spitzsacke und ordentlich kisten um das ganze zeug zu lagern aber da standen auch noch etliche bäume dann werden wir zum schluss noch mal hingehen ordentlich bäume abreißen ich habe übrigens ich habe jetzt ganz schreckhaft mit festgestellt dass die ganzen gerüchte die mir erzählt haben dass kronk aufhört zu let's playen dass die tatsächlich ah warte mal wir haben da noch unseren kistenfriedhof toolfriedhof die nehmen wir jetzt auch mal aller wirklich ab dort ist zwar schade aber ich meine man kann sie ja noch benutzen da müssen wir uns auch mal was einfallen lassen was wir dort hinhängen ne also ich finde ich finde das wirklich schade dass kronk wirklich aufgehört hat er hatte auch eine sehr schöne welt muss ich feststellen und ich meine das ist es schade dass es ihm keinen spaß mehr macht dort weiter zu spielen also ich weiß nicht ich habe auch immer tote punkte in minecraft gerade habe ich einen zum beispiel da habe ich keine lust irgendwie auf meiner server welt was zu bauen aber ich sage mal so auf dieser let's play welt also vor allem auch diese erinnerung ich lauf rum und erinnere mich an allen was wir gemacht haben was wir erlebt haben und da ist bin ich sofort wieder hochmotiviert und habe richtig spaß daran hier was zu machen ich könnte mir gar nicht vorstellen mit dem let's plane aufzuhören vor allem es gibt noch so viel was wir machen wollen so viele projekte die wir erwähnt haben zack 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 das ist alles was wir an diamant tools haben naja beschweren kann man sich da denke ich nicht zack 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 z Da sind jetzt natürlich auch noch ein paar Unverzauberte dabei, aber... So. Warum mache ich das eigentlich an der Kiste? Hat das irgendeinen tieferen Sinn gerade? So. Jetzt packen wir mal rein. Also eine behalte ich. Das wird so unsere Standard sein. Hier Haltbarkeit, Effizienz. Rückstoß könnte man auch mal richtig schön schreiben. So, die behalte ich. Dann behalte ich hier. Und die eine Behutsamkeit, die wir hatten. Haben wir nicht eine mit etwas mehr drauf? Behutsamkeit. Wir hatten auf jeden Fall zwei Behutsamkeit. Das weiß ich noch. Behutsamkeit. Hatten wir wirklich nur eine? Komisch. Vielleicht haben wir die Verzauberung jetzt auch aus vorsehen runtergewaschen. Jedenfalls, die brauchen wir jetzt auch erstmal nicht. Ich hoffe ja, dass wir bei unserer nächsten Expedition dann nach... Plünderung. Äxte. Nehmen wir die hier mit. Zack. 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 Da wird natürlich heute auch noch einiges an Diamanten wahrscheinlich wieder bei rauskommen. So. Durchs Planieren halt. Könnten wir uns auch einfach schon einen mitnehmen. Und zur Vorsicht mal zwei Dias. Und dann gucken wir mal, ob wir noch Kisten im Lager haben. Denn die würden wir auch mitnehmen. Wartet kurz. So, Kisten. 31, ja. Damit müssen wir rechnen, dass wir jetzt wirklich viele Kisten mit Zeug voll machen. Gerade so, äh... Durchs Planieren, durchs Dreck wegschaufeln kriegen wir ja. Wartet nochmal kurz. Ist Power... Das ist wichtig. Sorry. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich geschrieben. Also ich drücke mich, was Informatik-Sachen angeht, drücke ich mich manchmal irgendwie ungeschickt aus. Ich versuche, ich bin der Typ Mensch, ich versuche immer alles in möglichst einfachen Worten zu sagen. Damit ich quasi sicher gehen kann, dass die Leute mich verstehen. Allerdings, Power ist jetzt... Wie sagt man so schön? Ich... Ich... Ich meine das jetzt nicht negativ. Er ist nun mal ein, äh... Umgangssprachlich gesagt, Fachidiot. So nennt man die Leute ja, die... Wirklich, äh... Fachwissen von einer Sache haben. Und quasi darin auch, äh... Mehr oder weniger aufgehen. Das ist also nicht jetzt bös gemeint oder negativ, sondern durchaus positiv. Aber es ist manchmal schwer, solchen Leuten dann Probleme mitzuteilen, die quasi ihrer Art der Fachbegriffe gewöhnt sind. So. Nee, das Problem, äh, ist einfach, äh... Wir leiten ja seit neuesten den Pony-Decks. Und haben jetzt quasi auch ein News-System dafür. Das wurde bisher einfach HTML-mäßig, neue News wurden in HTML in den Text reingeschrieben. Jetzt haben wir eine richtige Verwaltung dafür. Und auch eine Datenbank dafür. Kram war halt am Anfang nicht zu. Mein Gott, ist auch nicht schlimm. Jedenfalls... Jedenfalls... Habe ich den angeworfen? Nee. Jedenfalls, äh... Habe ich da schön auch die Tabellen eingetragen. Mit eigener Datenbank-Anbindung, etc. Power meinte dann, ja... Machen wir es lieber auf eigene Datenbank-Anbindung, dass wir da die Rechte noch drauf übertragen. Auch gut. Nur jetzt müssen halt die Datenbank-Namen vor den... Vor jeder einzelne... Tabellenbezeichnung in jeder Abfrage gesetzt werden. Und das haben wir vergessen. Und deshalb lief das nicht. Habe ich heute ergänzt. Und darüber reden wir gerade. Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Für die Leute, die schon mal mit SQL gearbeitet haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Für alle anderen, ihr könnt das jetzt auch einfach überhört haben. Denn... Scheinbar... Habe ich jetzt viel geredet und es kam nichts an. Aber das ist nicht schlimm. Es ist nicht schlimm. Ich meine... Jeder hat seine eigenen Bereiche, wo er gut ist. Ist ja das Schöne an uns Menschen. Wir sind in so vielen verschiedenen Dingen gut. Warum baue ich jetzt hier den Kies ab? Ganz einfach. Kies ist bei uns ja immer Mangelware. Ach, schau. Schon wieder einen Diamanten getroppt. Das Inventar sollte bald voll sein, oder? Nö. Das kriegen wir hier noch alles rein. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt hier eh schon zu tief, aber... Nö, eigentlich nicht. In der nächsten Ladung werden wir dann damit beginnen, da oben schon mal den Stein abzubauen. So, wie hoch gehen wir denn hier? Ich hatte gesagt, hier gehen wir eine Reihe höher. Eine Reihe wäre dann ungefähr auf der Höhe hier. Das Problem ist, äh... Es geht ja hier hinter wieder schlagartig tiefer. Wenn wir uns da mal durchbuddeln... Das ist ja quasi nur so ein Ausläufer. Hier. Deshalb, äh, buddeln wir uns hier halt durch. Auf der Höhe. Lassen hier halt am Berg immer noch... Bisschen was stehen. Haben wir noch... Ne, jetzt haben wir keinen Platz mehr. Und deshalb halt auch die vielen Kisten. Die werden wir halt... Brauchen. Zwei... Ach. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. So. Im Übrigen, kleinen Scheiß, legen wir hier rein. Kies. Kommt erstmal hier mit rein. Den Diamanten, den nehmen wir auch raus und packen ihn hier mit rein. So.